hallo und herzlich willkommen zu einer neuen volkshander 2015 ja heute mal mit dem maurice2001 hallo ja und auf der katte ist noch der loki hallo aber das ist bei uns der jagd schwein oder alles was kommt halt und ja ich hab noch dabei mein hund der gustav der ist mittlerweile schon level 21 ja und dabei habe ich die blinkenden also es ist die woche da die primal shotgun die 22er pistol und noch im inventar das luftgewehr ja was hast du noch dabei ähm primal shotgun luftgewehr und es kommen schon die ersten ende ja gut und da würde ich gut die kommen runter ähm es müssten drei stück sein kann ich den autos sind es sind doch aber mehr wir schießen die sofort wenn sie herfliegen ok du nimmst die drei auf der seite wo sie drüben rum fliegen auf deiner seite ok und nicht die drei auf meiner seite bereit ja gut die erste war dann nehme schon mal ich auch ich auch boah das hast du schlecht geschossen aber das sind ja noch feuchten aber da hätte ich nochmal gut gut hast du dauernd mit dem linken gegenteil ja ich habe scheiße geschossen am anfang ich habe gedacht du zählst runter achso alles gut ja ich finde es halt schade die enten sind zurzeit halt echt verpackt das werdet ihr dann noch sehen denke ich zu uns oder wo 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 ist denn welche achso die kommt schräg erstmal die wachen nachladen gott ja der hund finde ich der funktioniert äh funktioniert mittlerweile wieder aber das sahander war die ganze letzte woche so richtig verpackt das sind die spiele abgeschmiert ähm ja andauern die server waren denke ich auch überlastet ah die flingswerte vorbei na ich glaube wir kommen auch nicht oder gut ich müsste aber noch mehr runde ja und ihr merkt schon je höher der hundes ähm je höher das level vom hundes desto besser ähm hört er auch soll ich schon mal einsam nehmen oder ne ähm kann ich so was musst du nehmen was hast denn du für missionen vom hund zurzeit ich hab keinen hund achso du kannst doch aber trotzdem achso dann lass mich es bitte aufsandeln weil ähm ich muss nur 1500 aufnehmen oder 1,5 kilo ich hab auch noch einen wettbewerb an na wo bleibt denn der hund hey die war doch gar nicht ja ich denke die ende wird jetzt halt verpackt sein und dann fliegen die da kommen ne die da kommen da doch ne doch ne doch da kommt da doch der hund ja die meisten haben sich den braunen hund gekauft ich nicht ja du bist ja eine hausnahme da in dem fall ja der lucky ja gut und dann würde ich sagen ähm sobald die nächsten enten kommen schade ich wieder ein also bis gleich so das sind wir wieder ja ähm es kommen enten runter mit unten ja so was luftgewehr an das fadenkreuz war für 50 meter und wieder strich war dann für 10 meter oder so ne ja genau ich wollte es einfach mal die müsste jetzt eigentlich das und dem bereich landen die können wir ja einfach rankollen guck mal du musst ihn aber vorne vorne äh direkt vorne reinschießen seitlich ist schlecht da fliegen die manchmal auch das ist eine eine ist irgendwo näher wo oder ah da vorne soll ich mal kann ich anfangen ich sehe noch nicht meine da ist eine da ist eine da ist eine da ist eine fette solcher Wettbewerbaktie naja 1 bis 1,5 gewinnt ist es für mich gut down hat irgendwo eine gecallt ja ich hab eine jetzt kommen wieder welche ich call mal an dem du hast hast du ein short range ich hab gar keine enden caller gut sauber muss da müssten aber noch mehr sein eigentlich ist ja gar hast du dir gemerkt wie viel runter gekommen sind sauber ich glaub da hinten in der ecke wo ich jetzt die zwei geschossen hab müssen sogar noch welche liegen das sind ja eine ist noch da irgendwo mal gucken oder schießt du sie und ich will sie einfach an lass mal finden das wird man sie mal suchen aber guck ich lass jetzt mal den hund holen die dürften eigentlich nicht abhauen ja ja da ist sie glaube ich sehste da hinten am rand ja da ist sie glaube ich sehste da hinten am rand ich glaub da ist die ist ja dann im schilf drin oder ja genau du guckst schon richtig ja die ist doch da ist im schilf was ich lass nur wen kommen ja ich kann ja sonst schießen also ich seh sie ja du die ist ganz weit weg ah da ist sie oder ich schieß mal mit dem blinken jetzt packt dir der hund wieder der ende aber ich meine dass fünf runter gekommen sind drei sind erlegt worden eine stimmt da hinten und ich glaube eine ist noch irgendwie hinter eine müsste noch hier gelandet sein ja ich meine die ist da so quer gegenüber ne in dem gras ist sie weg ich setze hier mal einen punkt die ist ganz weit weg die ist da ne so 40 meter es ist ein weibchen wo ich sehe ja da da sind zwei oder das ist ein bug ne 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 da sind zwei dir sind zwei weibchen wollen wir es noch mal näher kommen lassen oder wollen wir gleich schießen also ich seh die halt nur von den ungerissen her so jetzt könnten wir beide welche nimmst du nimmst du die die du siehst jetzt musst du beide ja ja ich sie nehme die vordere okay 3 2 1 okay beide gut mein luftgewehr ist noch so wackelig ja meins auch ach da kommt er irgendwo holt er grad noch ne ende der hund ich hoffe jetzt mal dass alle alle gewesen sind ja also sind fünf runter gekommen und fünf erlegt worden ne hä wo ist denn der hund siehst du den ich hab die doch da ist wahrscheinlich die ende wird er irgendwo hin da hinten ah da hinten ja die ende ist wieder weggepackt und der hat sie geholt jetzt muss der mal schwimmen das dauert alles weg länger wenn der rund schwimmt aber da kann er anscheinend noch laufen ja ich denke der ist halt hingeschwommen er ist noch voll erholt schwarzbär ja aber loki pass auf dass die schwarzbärne zu groß sind ja ich das gibt's doch nicht ich brauch nur 1 5 komm hol er noch die 2 enden siehst du die eine ende packt schon wieder die hintere die ist schon wieder auf dem das ist deine deine liegt immer noch da was holt er denn die dir denn jetzt nicht da da ah da kommen enden es kommen enden es kommen enden jetzt müsstest du deinen hund zurück pfeifen ach das macht dem hund nichts aus den enden sollte er es nicht ausmachen ja mit den enden der landen lassen oder aus der lucht ich glaub mit dem landen hat es grad recht gut geklappt lassen wir es noch mal landen oder ja ich habe insgesamt ja sie kommen runter oder wie viel zinsen sind 3 sind 3 4 stück mehr 5 6 na lass uns landen woran sagen wir dass nur 2 3 stützen kannst du ja aus der luft bringen ja sind aber mehr ja wo ist sie denn hier vorne willst du denn die jetzt nochmal weg oder die ende packt hab das gesehen soll ich die schießen ja schießen schießen sauber gut die anderen haben es geschafft eine landet sogar noch oder die kommt auf uns zu ja boah da na jetzt hat sie es geschickt wo ist sie denn ne ganz hinten ist eine siehst du die da sind noch mehrere ja ich nehme jetzt mal die erstmal aber du stehst vor mir ok warte ich geh weg warte mal passt schon mal wenn sie nehmt die wo erstmal weiter hä da landen noch welche hä guck mal da müsste auch eine irgendwo näher sein ja sie ist wahrscheinlich in nem Schiff oder so nimmst du das männchen da hinten da war doch noch ja war das männchen ich glaube da war noch eine näher irgendwo ich nehm ich nehm erstmal die da vorne da das weibchen das weibchen ah scheiße ich hab mal Glück da war ich bin weg abgekommen da hat er gerade glaube ich die luke soll ich sagen warte schieß mir mal ok nimm du die hintere ich lass mal die ähm dann nehm ich ja dann nehm ich die weiter hin ich weiß es ich hatte gerade eben vorhin noch mal unheimlich wenig fps gehabt aber jetzt gehts eigentlich grad wieder boah der hab ich voll auf der seite ist noch ein weibchen und ein männchen ich schieße das weibchen da müsste noch ganz viel dahin sein das waren ja sechs da ist noch ein weibchen ja ja das schieße ich ich lass mal wieder ein mhm oh Leute ich fliege auf irgendwo fliegt eine auf ich schieße jetzt erstmal die weibchen ja angeschossen ich hab meine auch angeschossen hier da packen da kommt wieder irgendwo einer da kommen wir da hinten ne das da ist noch irgendwo eine da sitzt noch irgendwo eine ja ich seh sie ich seh sie ich seh sie ein erpel 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 noch ein weibchen jetzt noch ein bisschen mehr los ne ne mach doch mal short range kurz den hab wir schon lange nicht mehr lass die jetzt wegschirmt ich hole jetzt hier mal weiter ne ich glaube jetzt haben wir alle ja da sind welche aufgeflogen ich hab die angeschossen die eine das habt ihr ja gesehen da sind ja die federn geflogen aber ich glaub das war recht weit unten und ja darum ist sie nicht umgefunden ja guck mal ich hatte ja da hinten weibchen hatten und dann sind ja noch zwei andere mit hochgeflogen mit dem weibchen ja ich glaub die kommen nicht runter oder noch mal wenn korn vielleicht kommen sie ja noch da ist alles mit enten voll da ist alles mit enten voll und er rafft es nicht die zu holen hol doch jetzt einfach hier schräg hinter uns ist ein weibchen wedel weibchen jetzt schwimmt der hund jetzt musst du uns schwimmen das sind direkt langsam ja wir haben ja nächste weibchen dabei oder ich hab was dabei ich hab was dabei ja wie weit bist du weg 300 Meter 1.305 Meter ich hab grad selber was jedenfalls ich geh gleich mal aufsammeln ja über uns sind gerade enden weggeflogen ah ja das ist bei der endenjagd das so war im regen ne ja weil da musst du ja noch kommen boah ich hab so wenig fps immer wenn ich ins zelt will keine ahnung geh rein ins zelt von rechts kommen welche da kommen sogar welche runter schon gut dann schießen wir die zwei okay laut dann nehme ich den erbel okay äh ja die müssten eigentlich genau kommen ja okay also bereit ich kann schon schießen ne nein boah hast du den schuss gehört ja ich schieß mal mit ne ja ey das war so schlecht fail ja okay das war doch ein gelack äh äh geleckt hä ist die da kommen wieder welche ja und okay und wenn wir das wort man grad auf da kommen wieder welche gut über uns da sind eins zwei drei vier schwarze bei vier schwarze vier schwarze jetzt ja natürlich und keine schwarze kommt runter echt jetzt dann lassen wir die landen ja ich konnte mal weiter vielleicht kommt die ja noch ja ich hab'n 10 ich hab'n großen weißen ich hab'n großen weißen ich weiß aber nicht wie groß ich hab'n muss dabei gesehen so'n bisschen ach der hund ist noch draußen da war das einfach lack lackig vier und keine kommt ich hab'n ganz sicher okay oh scheiße die landet hinter uns die landet da die kommt dahin wo raus was why ja die haut ab okay schieß mal oder nö lass mich sorry sorry alles gut die kommen ja sowieso zu uns achso die kommen zu uns okay die ende ist verpackt der erfel der da oben ist verpackt alter irgendwie passt ja was hätte ich ich glaub' die enden ja ja okay dann gehen wir mal eins haben und das video wird jetzt auch recht lang bis er die da hat ich glaube hat die noch und dann haben wir es ja dann bedanke ich mich bei maurice das hat dabei immer wieder gerne ja da liegt noch eine ohne 1 4 wieder keine 1 5 ja ok gut und dann würde ich sagen bis zum nächsten mal in weitem 2